Hallöche Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft B2Bs im Flashback 2 Server mit dem Crazy Flow Ja, für meine Zuschauer mit dem Blockjack Key habe ich es wirklich ausgesprochen Brojack, aber naja Ist ja auch total egal, meine Zuschauer wissen wie ich Sachen ausspreche Ja Okay Das sieht man auch bloß über den Namen an deinem Kopf, ne? Ja, was hat das du jetzt hier vorzumachen? Äh, das ist ein Zeichen, was ich gemacht habe zu schönes Dann guck mal, was du gemacht hast und dann guck mal, was ich gemacht habe Okay Erstmal hier eine wunderschöne Baumfarbe Ja Wurde schon mehrmals geleert Ja Ein Reaktor Die Hälfte der Änderungsfähigkeit fehlt Ach da Nochmal als Info, ich habe mir bei dir deine Maschinen benutzt, damit ich mir ein Leaktor kalt machen kann, ja? Ja, kein Ding Ja, müssen wir nachfüllen Die Speicher Ja Das ist von einem anderen Kumpel der Haus Dieser Haus ist von einem anderen Kumpel Ne, das ist ja auch von dir Ne, ne Ja, das ist ja auch von dir Ja, das ist ja auch von dir Ein kleines Jackpack Ein bisschen aufschlagen Ja Was ich mir heute auch noch bauen werde irgendwann Ja Irgendwann Irgendwann eine kleine Smellery Schön Mit ein bisschen Gold und ein bisschen Steel Gold Steel Supertoll Ja Mein NBA-System Volles NBA-System Ja Redstone ziemlich wenig, aber ne Braucht kein Mensch Ne, braucht man ja auch bloß selten hier, ne? Ja, klar Einfach 18 auf dem Stich Level 30 Level 30 war das sehr schön Ja Level 33 also Am nächsten von hinten Genau Superinteressant Ja Hier ist eine automatische Verarbeitung Habe ich schon Habe ich heute schon mal benutzt Hier oben kommen die Erze rein Habe ich jetzt Erz Habe ich heute schon benutzt Gucken wir das paar Erze ab vielleicht Ist ja auch total egal, habe ich heute schon benutzt Hier oben kommen die Erze rein Hier unten kommen so ein Pulverform wieder raus Genau Hier kommt die Pulverform rein Und hier kommt das Kommt das Fertige raus Ja Geht da rum Mit den E-Transit zerkleinerts Genau, jetzt ist der angekommen Was fertig ist Ja, ich kann's blöd demonstrieren, weil meine Bei mir ist mein Hab ich Fange gerade an mit dem Sortierungssystem Wo einfach alles gleich durchgehend passiert Ja, mach's später Dann kommst du hier unten raus Wann's gleich mal fertig ist Wann's Na da Da kommt's raus Könnte ich eigentlich komplett alles gemacht Ich mache aber Hoffentlich Und hier drin Und unten kommt das Fertige wieder raus Juhu Genau Das ist relativ einfach und billig gemacht Genau, hier ist der Magma Crystal und der Fluentransposer Auf der anderen Seite Juhu Ja, ich kann was Ja, da war mal schon ein paar Tage gemacht Äh Ja, da war die gequertet, dann habe ich zwei aufgestellt. Okay. Sehr, sehr interessant. Und ich werde noch wahrscheinlich die IP einblenden. Hier ist mein Server. Also ich werde die IP auf jeden Fall reinschreiben und dann könnt ihr raufkommen, aber ihr solltet uns nicht starten. Werden die es aber so nicht machen, aber naja. Naja. Ähm, ein paar 4K Starboard, eine 16K, ich muss mir noch ein paar neue machen. Ja, ich hab wenig. Dann mache ich meine Sachen für die Riftblätter. Was ist denn hier, was hier rausguckt? Pfeile? Ja, das ist eine Pfeile von. Den kannst du doch nicht aufheben. Oder du kannst nur aufheben Leute, die es geschossen haben. Und jetzt war ja, Air Force. Hat ja wie geschossen. So, das war es eigentlich im großen Teil von mir. Ich werde noch Solar Panels machen und alles. Ich muss euch mal ganz kurz erzählen. Biss denn da überhaupt. Ich hab dich verloren ab. Da bist du jetzt mal so Solar Panels. Low Voltage habe ich momentan. Wird noch mehr. Keine Ahnung. Ja. Verwälter. Es geht mir mal ganz gut zu dir. Ich bin mal ganz gut zu dir. Du gehst jetzt mal kurz zu Pen. Und dann wundert euch nicht, dass ich Gast da bin. Weil ich mein Name bin ja top. Und ich bin jetzt Gast. Hey! So. So. Okay, dann geht's jetzt mal kurz zu mir. Ich hab heute reichlich umgebaut. Also das Haus ist immer noch nicht fertig. Aber so ist noch fertig. Wie JetPfD nicht. Ja. Du fliegen. Ich laufe. Ich guck fliegen. Und jetzt halt. Du und ganz kurz hingehen. Ach ja, ich hab ja... Man sieht ja gleich... Man sieht ja gleich meinen riesigen Wasserpunkt. Ach ja, mal kurz hier. Werkschaft in Kale, wo ich draufstehe. Bei mir ist hier kein... Nicht das, was rauskommen soll eigentlich. Komm, ist bei dir hier irgendwas? Ich kann nicht zugreifen. Nein. Ich muss erst enablen. Wunderschöne. Wollte auch noch ein paar machen. Auf jeden Fall hier. Ein Problem ist... Ich wollte mir einen Harvester bauen. Und da kommt einfach kein Harvester raus. Okay. Aber mir hat's funktioniert. Muss ich hier nicht. Kann's dir ja gleich gehen. Genau. Hier oben ist mein Reaktor, damit ich ihn stören kann immer. Also damit der Stärke ist. Dann kommt man hier mit runter. Hier hinter dir. Wo der Elevator ist. Zweite Stockwerk. Hier ist halt eben mein Reaktor. Ich mach' ich nur an, wenn Batterien leer ist. Wie jetzt? Ich bleibe mir auf. Und dann kannst du ja mal nach hier hinten kommen. Das ist Gold. Das ist ein Goldkrieg. Das ist noch. Du schreiterschmösel. Ja. Hat man übertrieben. Ja. Das ist halt eben. Damit... Dass wir automatisch gemacht wurden. Aber es funktioniert irgendwie noch nicht ganz. Noch mal neu machen. Du brauchst Wasser dafür. Ja, das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist jetzt nicht mehr drin, aber... Das ist automatisch... Irgendwie, der, was hier zurückkommt, da wo es hin muss. Also, da ist das Goldkrieg, ey. Der Eiserts Goldkrieg, ey. Ja. Hier kommt dann hier... Alles an von der Query, was hier dann noch automatisch sortiert wird. Ich kann dich zu gründen. Ja, ist hier auch mein... Ja, ist hier auch mein'n. wir haben auch nicht nur Leute wie ich gedacht und in der Nähe mit geht man ich habe der Grunde einbekommen dass wir müssen wir können in der Städte ankommen Prozent Prozent was sagst du denn jetzt mit XB sie kann ich spielst das Goldstau kommen aber noch mal kurz mit kommen noch mal kurz mal und jetzt nach oben und auf den Elevator und dann ab nach unten. Und dann guckst du mal an die Decke, dann weißt du, was ist. Glowstone. Hab ich bei dir hochgemacht. Das ist ja eine tolle Lichtquelle. Warte, das ist verursacht extreme Lecks. Kann ich ja wieder wegmachen, wenn es so schlimm wird. Noch geht's ja hier. Erzähl mal, warum du diesen Server ausgewicht hast. Also, erstens, ich hab erst mal nach einem schönen Server gesucht, weil ich mag Tech World. Dann habe ich bemerkt, dieser Server ist nicht aufgeschrieben. Ich hab mir mehrere angeguckt, aber die waren ziemlich legging. Wenn ich hier draufkam, war der eigentlich der Beste, den ich gesehen habe. Ich wurde quasi von Server Kick. Du bist aber immer noch dafür nicht. Nein, ich wurde auch von anderen Server Kick. Achso. Was mit KongoStorm? Hier unten wird noch schöner gemacht, das bleibt das mal hässlich hier. Okay. Auf jeden Fall hab ich hier eine große Smellery, und dann muss ich halt jetzt den Werkzeug machen. Interessant. Das kann ja vielleicht ein bisschen helfen. Ist noch weit runter. Nee, muss ich noch weiterbauen. Interessant, interessant. Ja, haben beide eine interessante Bude. Du kannst da jetzt nicht mitkommen. Jetzt zeig mal meinen Zuschauern, wo meine Query ist. Auslösung. Ja, typ, ja. Oh, jetzt kackt mein Minecraft-Flag ab. Nichts da. Du hast kein Zugriff auf diesen Befehl. Ich kann nicht machen, weil ich noch Gast bin. Warte, die sollen's ändern? Nein, gibt doch, weißt noch, das Passwort von Anfang, was man eingeben musste. Ja, ja. Ich muss aber rauskacken. Gib einfach Passwort und das ein, was es war. Dann solltest du kein Gast mehr sein. Glaube ich zumindest. Ja, verlass doch mal die Zerberstelle. Ja, ich warte erst mal, was mein Minecraft-Spieler geht. Mal lecken am Arsch. Ja, mein Minecraft kann ich auch mal am Arsch lecken. Du weißt gar nicht, was meine Situation gerade ist. Oh, jetzt bin ich vom Server-Spieler. Geflogen. Dann halt eben wieder Ruf. Okay, geht nicht. Ja, ja. Dann bin ich ja noch ein bisschen Gast. Ach, der hat Spaß als Gast. Wirklich? Wer... Wen ist wirklich so langweilig? Mir wurde mittlerweile schon dreimal meine Query geklaut. Ach, mir auch. Ich hab' keine... Ich hab' keine... Ich hab' keine... Ich hab' keine... Das ist alles möglich da, außer die Query, ne? Aber ich auch... Da sind alle stehen, bloß die Query, die nehmen sie mit. Der... Nein, das war nicht... Das war so hier... Ne, wie immerhin... Das... Das... Das Band-Plug-In, was die Items band. Reagiert manchmal, wann das ja gestartet wird. Dann legt er die Sachen einfach mal mit. Ja, die Query sind in der normalen Welt gebannt. Das heißt, ich hab' jetzt dreimal meine Query verloren, aber krieg' keinen Ersatz dafür. Äh... Ach, da ist doch genug Diamanten. Ich hab' jetzt gebannt. Äh... Ne. Hast du schon welche? Wolltest du nur heute noch welche machen. Können... Wir können... Ach ja, ich wollt' fragen. Du hast ja diese Essenz-Busches. Ja. Kann ich die bei mir züchten, wenn du mir ein paar... Hier... Also, ich züchte die bei mir und du kriegst davon auch deinen Anteil. Ja, weil ich noch welche hab. Ein paar ausgeworfen. Ja, du hast noch welche, glaub' ich. Keine Ahnung. Äh, Shamsberry. Ja, 13 Stück. Du... Was ist denn? Wo bist du denn? Ich bin in dein Keller. Ich bin schon wieder oben. Warte, wo ist denn das? Komm hoch! Okay, komm hoch! Ja, toll! Komm hoch! Ja... Bitteschön. Danke. Jetzt macht ihr sehr viel Sinn, dieser Tank. Nur... Ich... Pass auf, ich geb dir jetzt gleich mal kurz die Items für den Harvester und du machst mir kurz den Harvester, weil... Irgendwie... Ist mein Mann einfach zu blöd dafür oder ich bin zu blöd dafür? Du... Ich bin eins von beiden. War ich nicht. Ne, warst du nicht. Ne, ich will niemals Zeug machen. Ne, würdest du auch nicht. Ne. Dafür bist du viel zu toll. Genau, ich bin der einzig Verbraucher. Roadshake LP. Ah, ne, ich heiße nur Roadshake. Roadshake YouTube. Ne, vielleicht häng ich mir nochmal irgendwann einen LP-Ran an den Kopf. Ach, ich war YouTube. Auch mal so. Ich würde sagen, LP ist langweilig oder ist out geworden. Aha, wirklich? Hm. Jetzt soll ich mir YouTube an den Kopf hängen? Was auch von mir ist HD, man nennt Crazy Flow HD, aber jetzt ist scheiße. Ich bin aber noch nicht... Ich weiß gar nicht, ob ich HD-Sender. Ich glaube, ich sende... Keine Ahnung. Ich bin Fool, irgendwie. Genau. Ich bin 4K, Alter. Warum ihr bitte zwei Haare? Da, das will ja dann schön. Na, 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 na. Dann habe ich jetzt ein für die Busche und ein für meine Baumfarm hier, die mich noch ziemlich bewachsen. Ja, die müssen lange am Schluss machen, ne? Ja. 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 Bei YouTube, äh, das bin ein Spieler. Ich kann nicht länger als 20 Minuten hoch und an. Wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Bist du kein Partner von YouTube? Nicht mehr. Wurde mir dann genommen. Ja. 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 Jaa, ach so ne, Inva-Axt! Ich guck mir das noch Inva-ARG. Ja... fla tastenck, Angst... Ach, so ne Inva-A-A. Die zweite, die Wannsdre täglich völlig gemacht. Of, du bist doch so ein. Ey, das passiert mir jetzt schon zum dritten Mal, ich habe dir aber zwei Sachen für zwei Harvester gegeben, na, lass dir noch mete ein Harvester. Bitteschön. Danke. Warte mal. Och Mist, kann ich nicht machen. Warte mal. Ich wollte ne Überraschung für dich machen. Ne Überraschung. Den T-Platz hin oder was? Nein. Warte, ich mach's bei mir zuhause gleich. Mann, es geht nicht. Oh scheiße. Nix. Willst du mich umbringen? Nein, nein. Das war ganz kurz zur Farmwelt gehen. Äh, nö. Ich geh erstmal kurz schlafen. Ich geh ja gar nicht mehr. Nö, 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 nö. Das tausend. Ich mach dir erstmal kurz dein Geschenk fertig. Und dann kannst du nochmal überlegen, ob du mich umbringen möchtest. nicht. Nee, ich komm drin. Äh, was willst du jetzt nochmal machen? Ich glaub, du wolltest mich umbringen. Ja, das auch. Ich mach mal... ein Stück. Gucken die Scrafted 1, 2... Wunderschön. Ah, ich brauche Eisen. Weißt du wie man die besten Werkzeuge zusammensetzt bei Tinkers Construct? Papier und... äh... Meilen. Selenium, oder was auch immer. Willst du ein bisschen Meilen haben? Also wenn du dich damit gut auskennst, würde ich gerne gute Werkzeuge haben. Ich würde es gute haben. Dann komm weiter. Willst du Meilen, ja oder nein? Ja, nehm ich einfach. Gib mal die Hälfte davon. Wenn ich schon von dir bekomme... Also alles was man bekommen kann, nehm ich gerne an. Ich nehm Spenden immer gerne an. Ich mach nur ne Spendenkiste hier hin. Okay. Dann darfst du das Spenden, solange es kein Scheiße ist. Scheiße? Ich würde niemals was machen. Ich könnte ja auch wortwörtlich Scheiße in deinen Briefkasten stecken. Gibt's ja hier. Braucht bloß ein paar Kühe. Briefkasten? Oder meinst du Scheiße dann? Du kannst... Leg dir auch im Briefkasten und dann lege ich dir Scheiße rein. Achso, du meinst diesen Mist oder diesen... Wie? Und diesen Dünger. Die saß eigentlich nicht zum Dünger haben bei dir. Dann soll doch alles viel schneller gehen. Tja. Das ist ne gute Frage. Bist du? Spendkiste? Scheiße! Kaputt! Was kaputt? Ich hab dein Geschenk kaputt gemacht. Was bist du denn? Na irgendwo da wo du nicht bist, wie es aussieht, oder? Du, 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 du. Ich warte auf dich. Ja, gleich. Ich mach aber hier erstmal hier einen kleinen Cut. Kannst du ja machen. Jo, denn bis gleich. Bis nachher, oder bis morgen. Ja, ich weiß es auch nicht. Dann mach erstmal einen Cut. Ja, wie gesagt.